Deutschlandfunk, Wirtschaftspresseschau. Bleibt noch die Wirtschaftspresseschau. Das Bundesverfassungsgericht hat den hohen Steuerzins gekippt. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das Auseinanderklaffen zwischen dem Steuerzins von 6% und den Null- und Negativzinsen am Kapitalmarkt ist so augenfällig, dass die Verfassungsrichter in Karlsruhe es konsequenterweise als realitätsfern bezeichnet haben. Jahrelang hat die Diskrepanz zwischen amtlichen Rechenmethoden und ökonomischen Realitäten skurrile Fälle provoziert. So baute manch cleverer Steuerzahler gezielt Steuerguthaben auf, um diese als konkurrenzlos lukrative Geldanlage in Niedrigzinszeiten zu nutzen. Das schadete auch dem Fiskus. Umgekehrt konnten sich hohe Erstattungszinsen insbesondere für Unternehmen in Restrukturierung als existenzbedrohend erweisen. Wer nun eine schnelle Reparatur des Missstands erwartet, der dürfte aber enttäuscht werden. Denn wegen des Wahlkampfs und der wohl langwierigen Regierungsbildung im Herbst könnte es noch lange dauern, bis eine wie auch immer aufgestellte Bundesregierung einen angepassten Steuerzins festlegt. Noch besser wäre es, einen flexiblen Maßstab zu definieren. So veröffentlicht die Bundesbank regelmäßig monatliche Daten über alle relevanten Zinssätze auf den Kapitalmärkten. Das wäre eine zuverlässige Basis auch für die von den Finanzämtern verwendeten Zinssätze. Denn irgendwann werden die Marktzinsen vielleicht wieder steigen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz kommentiert die Engpässe in der Produktion. Bereits die Corona-Krise machte deutlich, dass die alten Lieferketten neu ausgerichtet werden müssen. Die derzeitigen Engpässe unterstreichen die Notwendigkeit, sich neu zu sortieren. Zunächst kann die Produktion nicht wie gewünscht hochgefahren werden. So trifft ein knappes Angebot auf steigende Nachfrage. Das wird für Unternehmen und damit später auch für Verbraucher richtig teuer. Ein Volkswagen-Mitarbeiter hat vor Gericht gegen die Richtlinie seines Arbeitgebers geklagt, eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Die Neue Osnabrücker Zeitung fragt, darf ein Unternehmen vorgeben, wie man als Beschäftigte untereinander zu sprechen hat? Die Antwort sollte klar Nein lauten. Der Eingriff in den eigenen Persönlichkeitsbereich wäre eindeutig zu stark. Davon mal abgesehen, ein Zwang zum Gendern ist genauso illiberal wie ein Verbot einer geschlechtersensiblen Sprache. Wer eine gendergerechte Sprache auch in Betrieben etablieren will, muss auf Freiwilligkeit und positive Vorbilder setzen. Besser als eine Pflicht wäre es, Empfehlungen zu geben, in welchem Kontext Gendern sinnvoll wäre und entsprechende Schulungen anzubieten. Das war's für den Knieband Alegung ist, in welchem Kontext Gendern, wenn man im Knieband Alegung ist, was ein Knieband B quizze und ein Teil in welchem Kontext Gendern sinnvoll wäre, denn myen St. Knieband B.